Ja, und nun steigen wir herab vom großen Gipfel des Sonnensteins. Ah, wir sind ja schon ganz oben. Ja. Ja, dann schauen wir mal. Da ist auf jeden Fall noch ein Schlüsselstein. Da ist auf jeden Fall ein Schlüsselstein. Oh Gott. Ich muss mal gerade gucken. Wir müssen dort... Hä? Wo müssen wir denn hin? Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ah, finde den Horu-Berg und stell ihn wieder her. Ach ja, stimmt ja, stimmt ja. Wir müssen ja in die Hölle. Ach ja, Gott, wie konnte ich das vergessen? So kurz. Oh, oh. Oh Gott, oh Gott. Aua, 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 aua. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das überhaupt richtig? Bin ich hier überhaupt lang? Ja, das war ein ganz kalter. Wir brauchen irgendein anderes Teleportationsdinge. Ah, wir können ganz runter. Dann machen wir das auch so. Wir haben drei Schlüsselsteine. Und der eine ist da unten. Den würde ich schon echt gerne noch haben, ne? Oh, nein, 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 nein. Gottes Willen. Genau, noch weiter runter. Er will schon wieder Stress machen. Boah. Boah. Guck mal. Mensches Kind. So, irgendwo da geht's durch. Ah, da kommen wir von hinten ran auf jeden Fall. Da, wo dieser Durchgang ist. Aber da weiß ich noch nicht, wie wir da hinkommen. Da müssen wir irgendwie hoch. Ach so. Aua, aha. So, mein Freund. Und, ja. Das musste ich jetzt noch holen. Ah, kleinen Moment. Ich hab da eine Idee. Das fällt mir jetzt erst ein, die Idee. Okay. Funktioniert nicht. Mist. Wir kommen da nicht. Wir kommen da nicht. Ich musste dieses Tor einfach öffnen. Aber ich weiß trotzdem noch nicht, wie wir da hochkommen. Okay, kleinen Moment. Nein! Okay, hat nicht funktioniert. So, wie ich mir das... Wie ich mir das vorgestellt habe. So. Weiß ich nicht. Ist egal. Wir haben den Schlüsselstein. Wir machen uns jetzt auf... Wir machen uns jetzt auf. Boah. Aber genau getroffen, ne? Nein! Boah. Sind wir hier richtig? Ne, noch eher tiefer. Gut, dass wir da schon waren. Ähm. Hier haben wir doch irgendwo bestimmten Teleportationsdinge. Nein, haben wir nicht. Das da ist der Nächste. Ah ne, aber wir müssen ja hier hinten rum. Da teleportiere ich mich doch lieber hier hin. So, wunderbar. Sollen wir lieber speichern? Oh, ich hab keine... Ich bin doch im sicheren Bereich. So, jetzt. Genau, dann gehen wir hier lang. Und gehen dann hier berghoch. Genauso machen wir das. Ach guck mal, hier ist jetzt überall so Wind. Der Horo-Berg. Ach guck mal hier. Du kommst jetzt an so vielen Orten hin. Wahnsinn. Unsere Maus ist stark geworden. Unsere Maus ist sehr, sehr stark geworden. Und wir sind noch genauso unvorsichtig wie von Anfang an. Na, guck mal her. Ich hab'n, ich hab'n Plan. Ha, ha, ha. So, was aktiviert das hier jetzt? Ah, ja, genau. Oh, oh. Oh, oh. Den muss ich erstmal wegmachen. Ach, da oben hätten wir uns auch hin teleportieren können. Ah, aber stimmt ja. Ah, hier kamen wir vorher nicht durch. Hätte ich gewusst, dass man die Dinger auch schießen kann, ne? Oh. Stimmt ja, da war ja was. Ja, das wäre eigentlich ein Scheißpunkt zum Speichern. So. Dann mal auf in die Hölle. Dann mal auf in die Hölle. Dann mal auf in die Hölle. Eine schwierige Entscheidung wurde getroffen. Kleinen Moment. Sind niemals zurückgekommen. Der Runscher freigeschaltet ins Feuer. Darf es jetzt nicht aufgeben, wir müssen uns ins Gefecht stürzen. Ja, ja, ist schon klar. Ah, da, Teleportation. Alter! Ah, man kann nur ein bisschen. Ah, das wird auf Dauer zu warm. Okay, alles klar. Da kommen wir noch nicht... Ah, das Lava. Okay. Klar. Alles klar. Das erklärt einiges. Alter Scheiße. Okay, kann ich nicht. Aua. Das Problem ist, da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir auch nicht weiter. Da ist auch ein Lavasee. Hä? Ah, okay. Ah, okay. Junge, Junge, Junge. Das wird ja spaßig. Das ist jetzt gleich mal. Okay. 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 Okay, alles klar Ja Meine Güte, hier muss man All seine Fähigkeiten einsetzen, gell Das war knapp Uiuiui, der feuert aber schnell Gott Nach da kommen wir nicht mehr Da hinten ist auch ein Lavasee Darunter links Ah ne, das sieht auch heiß aus Hä, wo müssen wir denn hin? Oder müssen wir die zerstören? Ne, geht ja nicht, sonst kommen wir ja nicht Ah, da oben ist noch ein Loch Oh Gott Toll Ernsthaft Willst du mich verarschen? Hä, der geht nicht kaputt Warum nicht, was soll das? Komm, schieß Hä? Achso, ja, wir müssen das da oben schon zerstören Das ist schon richtig Oh, jetzt ist er kaputt Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht Mist Der muss sitzen Ah, er ist ja wieder da Jetzt komm mal her Jetzt komm mal her Der geht nicht kaputt Ich weiß Hä, okay, ich bin gerade ein bisschen Überfordert Okay, ich bin gerade schon Den kann man, dass er vannt Okay, ich bin gleich Die� Going Das war's für heute. So, jetzt haben wir schon mal einen Anfang. So. Oh Gott. Du hast keine Seelenverbindung. Scheiße. Das muss im ersten Anlauf klappen, ne? Okay. Das war knapp. Shit. Ich konnte nicht speichern. Ich kann nicht speichern. Ich probiere nur gerade was Gibt's doch gar nicht Der ist zu kurz So Ich kann nicht speichern Aha Guckt mal Ah wir konnten speichern Gott sei dank Oh Gott Ah Okay da hinten rüber geht's auch noch Oh nein Igual hat es gut Untertitelung. BR 2018